Hallo Leute willkommen zurück zu SSS Green die Sendung Geld so viel Abwechslung hier in diesem Spiel Na du nett Weihnachten so wie sieht's denn aus hier gibt es Kohle 825 wo gibt es hier die nächste Mission Komma da ist noch ein Symbol dieser Zugehör jetzt uns dann können wir es uns auch gemütlich machen ja das sagst du jedes Mal Schusswaffen Upgrade empfohlen okay gucken wir mal rein nicht hier hier Inventar Schusswaffen Upgrade ein Upgrade oder reicht mir da eigentlich auch eine bessere Knarre aus wie zum Beispiel die hier guck mal das ist voll die mickige eigentlich verbessern Upgrade Plus 1 Genauigkeit komm machen wir mal verbessert achso mehr kann ich die gar nicht verbessern ja ok passt ja ich dachte das geht jetzt voll weit Ubisoft Club da bin ich nicht am Start also Uplay schon aber nicht direkt im Club oder so bezahlst du doch sowas wie Season Pass aber ich könnte mir auch eine coolere holen zum Beispiel die hier die hat mehr Magazin die Genauigkeit die muss ich dann noch upgraden aber gebe ich das Geld dafür aus oder will ich mal die 10.000 komm ich sammle die 10.000 äh was gibt es denn hier neues Ludjade Circus ok und Fundstücke ich hab grad noch eine gepresste Blume geholt vergiss mein nicht so dann würde ich sagen spielen au einer vorzug gesprungen noch immer dasselbe Bild eine aufregende Nacht daheim für Evie Fry Schuhe von Tisch ich bin gerade auf dem Sprung ich hab den Edensplitter gefunden und was kann er diesmal Kranke heilen Kugeln abwehren die Bevölkerung kontrollieren das sind gefährliche Objekte vor allem in Templer Händen du klingst schon ganz genau wie Vater schön wär's aha weg da Lucy Thorne erwartet für heute Nacht eine Lieferung sie ist Daricks Expertin für das Okkulte ich bin sicher dass sie den Edensplitter erhalten wird den Sir David Brewster erwähnte das klingt lustig wie wär's wenn ich mitkomme du hältst dich an die Mission ich schwör's ehrenwort der macht doch nur wieder Party ey Radau mit seinen Rooks der Inhalt dieser Kiste ist mehr wert als ihr Leben und das ihrer ganzen Familie verstanden? ja Miss Thorne äh Vorsicht verdoppel die Wachen am Wagen also Miss Thorne es gäbe da noch einige Papiere für Mr. Starrick wenn sie kurz mitkommen würden nun gut aber machen sie schnell was auch immer sie will es ist in dieser Kiste auf den Dächern sind Schützen postiert kannst du sie ausschalten bevor ich am Wagen bin? ist das eine Herausforderung? oh immer auf Zeit ey oh da ist wieder ein Dingsbums die Templertruhe suchen ist schon klar die ist da hinten warte mal ist ja noch nur Bullen hat die überhaupt sowas? kein Messer? oh zu spät voll doof komm zack weg scheiß mal auf die Cops ey die hier so durch die Hood rennen ne? yo yo hm ja da hinten muss ich hin was ist denn das da hinten? äh verstehe ich nicht aber ich muss ja da hin wo grün ist also da ne? die Templertruhe suchen oder ist das Jacob da hinten? kann mich aber gerade nicht in ihn verwandeln das geht hier nicht auf geht's rüber deswegen ne denkst du ich? die nerven mich jedes Mal ey oh ne das wollte ich nicht krass kriegt die den noch oh tschüss schnell wieder hoch huja was sie für nen Satz gemacht hat guck mal hier war das Seil und die macht erstmal so 5 Meter nach rechts in der Luft so hab ich denn sie hat doch auch diese coolen da ne? der haluzi haluzigene bam haha der dreht voll am Rad haha guck mal die Bekloppten haha wie das klang gerade ey geil wieder so lustig oh aber wieder auch nacheinander ne? da geht keiner Deckung die stehen auch nur rum hier komm der ist hier in der Gasse drin aber ich glaub die ist ein bisschen der steht zu nah ne da sieht mich ja gar nicht wenn ich da runter springe ganz schnell hmhm da ist er nur noch er oh da vorne sind aber auch noch wer hier guck mal hä ach verdammt hätt ich warten müssen aber da tut ich blut weil ich den so krieg sauber so pass mal auf oh nein nicht da hin hier drauf ob die mich sehen hier wenn ich da runter springe oder ich mach hier ein Doppelattentat komm hab ich doch schon freigeschalten oder? hab ich das schon freigeschalten? weiß es grad nicht ui tschüss hat er nicht bemerkt? ignorierst du mich? wie kannst du's wagen? die will nichts von dir wobei das sind ja eben zwei Typen als kriegen die das da mit aber da kann ich mir den hinten hier zuerst nehmen und dann ihn hier oh da war knapp erst mal daneben geballert oh schnell hier hoch und hallo gute Nacht ah guck an da drüben sind die Wachen oh fern ich dachte der der Jacob der hilft mir boah boah jetzt die Frage soll ich erst den oberen nehmen ne die obere dem Gewehr da ja genau so boah das Gewehr ist runtergefallen wo ist der andere oh ups das geht nicht glaube ich sollte erst noch mal ganz hoch verschwinden ja halt dich fest so boah laut muss das sein hallo so ich guck aber noch mal hier so einmal rundumblick sieht gut aus hallo suchen such such den Edensplitter was gefunden ehrlich gesagt z z wir sollten lieber verschwinden was hast du gemacht Jacob zum blöd Mann weil er nie aufpassen kann der Rook geiles Pferd ja natürlich wollte ich nicht also muss ich jetzt machen geht besser mit dem Pferd meine Schwester verpasst euch eine Tracht Prügel ihr müsst die Kiste an einen sicheren Ort bringen Bäm Bäm wenn ich raten müsste vielleicht uns beide töten auf hervorgehobene Gegner meine Schwester verpasst euch eine Tracht Prügel geb ihn hier vor ach musst du nachladen wie doof wie blöd komm schon hau doch mal richtig zu hier wenn ihr wirklich kämpfen wollt dann hau doch her was hast du einfach hier ist Jacob Dokumente Kauschung muss viele nachladen mein Gott ich muss die Kamera mal drehen komm schon schnapp dir einfach die Pferde ups komm schon ich brauch mehr Muni jetzt weiß ich auch was die damit meinen oh oh gefährlich nein Jacob was machst du denn ich sehe nur Jacobs Gesicht haha komm oh oh ja du bist gut Rami doch weg boah boah was ich will die nicht tragen was macht die denn jetzt oh spring Bibi spring da lacht er ja tschüss das müssen wir wieder machen verdammt pass auf deinen Kopf auf Mensch die Brücke ding oh guckt sie nicht niedlich haha ja aber jetzt ein bisschen bisschen Action bisschen aber nur haha tuti wir haben den Zug etwas aufgemöbelt neuer Lack neue Teppiche aus Kempten Lok und meine Schwester die Näherin hat uns die vorhänge billiger gemacht schön dass die billiger sind wie sieht es voll durcheinander aus du musst mal aufräumen da gibt es wahrscheinlich nur neue mission so was eignet sich nicht nur als gehilfe immer noch vier und acht was steht eigentlich auch bei der acht was für ein schöner tag mit miss dorn und den papieren und ein fand mutter war bezirke erobern noch drei bezirke ja dann bin ich eh wahrscheinlich in der sequenz nacht eigentlich quatsch mir doch nie mal dazwischen jacob naja ist ja kohle drin ne ne ja ok äh zunächst mal machen wir direkt wieder eine zugmission hier danke ich mal fürs einschalten was warst du wieder unterwegs um die stadt aufzuräumen wo wir da hängt die verschlungenen straßen londons ich kenne also beim nächsten mal geht es weiter an dieser stelle da gibt es einschalten bewerten bitte nicht vergessen und dann würde ich sagen darin bis dahin